Unrechtes Tun ist unklug. Diese Nachteile, ihr Haushaber, hat der Zuchtlose durch Verletzung der sittlichen Zucht. Welche? Da trifft den Zuchtlosen infolge seiner Lässigkeit ein schwerer Verlust am Besitz. Das ist der erste Nachteil, den der Zuchtlose hat. Und weiter geht von dem Zuchtlosen ein schlechter Ruf aus. Das ist der zweite Nachteil, den der Zuchtlose hat. Und weiter, in was für eine Versammlung der Zuchtlose sich auch begeben mag, in die begibt er sich ohne Selbstvertrauen, voll innerem Unbehagen. Das ist der dritte Nachteil, den der Zuchtlose hat. Und weiter noch, ihr Haushaber, scheidet der Zuchtlose, die sittliche Zucht Verletzende, verstört aus diesem Leben. Zuchtlosen iquel Untertitelung des ZDF, 2020